Zeit gedauert jetzt, es war Ostern, hoffentlich habe da die Feiertage rumgekriegt. Ich habe ordentlich geschlemmt und gechillt. Nicht so viel gezockt, also ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht mal ein paar Leakrunden oder so. Jetzt ist wieder Dienstag, ich muss mal wieder arbeiten gehen, ich habe gar keinen Turn. Aber eine andere gute Nachricht, wir haben heute den 2.4. und seit gestern dem 1.4. ist Cannabis legal in Deutschland. Let's go, support it and shit. Vielleicht geht es mal nach dem nächsten paar Videos, wie man das anbaut oder wie die Stände bei mir sind. Ich habe mich ja jetzt mal ein bisschen eingedeckt, also durchstellt mit Samen und Töpfe und Scheren und Zeug. Ich will mal gucken, ob er das einmal so anpflanzen kann, ohne viel Aufwand beim Fensterbrett. Aber wir sind jetzt hier in Backpack Battles. Die Vollversion ist raus und wir haben jetzt vier Klassen. Meine Ranks haben sich bei Sensen Reaper und Hunter zurückgesetzt. Das konnten wir nicht übernehmen. Jetzt gibt es noch den Pyromanen, da habe ich einmal gezockt. Und den Berserker. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal den Pyromanen an und wir gehen direkt rein. Es gibt auch viele, viele, viele neue Items. Der Pyromanen hat hier so ein extra Feld. Das ist die Feuerschale und jede Flamme, die in der Feuerschale ist, kriege ich ein Gold mehr. Und ich kriege vier Leben pro Feuer darin. Und pro Feuer erhalte ich ein Heat mehr. Heißt, Gegenstände aktivieren 2% schneller. Was da schon sehr stark ist. Das soll ich schon sagen. Es gibt auch einen Haufen neue Rezepte, die habe ich schon. Das ist Eis. Die kenne ich noch nicht. Das ist irgendwas mit Stein. Und es gibt eine Mondrüstung. Hier habe ich also Sonnen-Shit gekriegt. Und es gibt noch einen Trank neu. Also schauen wir mal, wo wir mal hinkommen. Jawohl, ja. Ähm, Knoblauch nehmen wir mit. Reroll. Brennende Kohle. Das Schild können wir noch nehmen. Die blocken wir und die packen wir da rein. Abfahrt. Ja, ich gewinne, weil ich habe den Knoblauch. Jawohl. Dann haben wir die Burning-Kohle. So. Das ist halt das Gute, dass wir dann gleich die Kohlen entfachen können. Gibt halt einen guten Schadens-Bodus. Er hat zu wenig Ausdauer. Das Gift killt uns aber. Scheiße. So. Banane. Hm-hm. Flamme. Es ist 12% schneller. Aktivieren sich die Dinger schon. Das ist ja das Bersäcker-Wut irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, wie das klappt. Funktioniert, aber... Aber... Okay. Oh, okay. But... Huh? Das ist wie die Dinger. Flamme. Scheiße was die Banane gar nicht wollen. Dicke Achse. Achse Scheiße, viel neiter Schaden gemacht als ich. Dicke Achse. 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 Dicke Acher. Dicke Achse. Dicke Ach. Dicke Achse. Dicke Achse Ochs. Dicke Ach. So... So... Oh. Fahrt. Oh. Den haben wir gelegt. Kein Eisgegenstand. Kein Eisgegenstand. Oh. Platz erstmal. Platz erstmal. Nummer. so 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 oh ich glaube ich eigentlich den Mana Orb mal schauen wir mal oh ich brauche Mana ich brauche Mana das Gift macht mir zu schaden aber jawoll der Totenkopf gibt halt nicht viel Leben und Power so 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 holl Platz so 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 kaufengift könnte uns aber ja jawoll auch Platz man hm 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 mm hm 2 leben haben wir noch freunde stein rüstung aber wir shredden seine rüstung richtig krass durch einen sperr jawohl das funktioniert jetzt Was machen wir da jetzt? Den Sonnenschild hatte ich noch nicht. Könnten wir tryen? Ich muss das aber hochziehen und den noch zu benutzen. Hier haben wir halt die zwei Dinge. Eines kann ich covern. Mondschild. Ich will Sonnenschild haben. So. Aha. So. 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 Wir haben ein Haufen Guberts. Aber wir haben ein Haufen Heat. Sonnenschild Das hängt jetzt nicht wirklich Shit Da habe ich jetzt nicht mitgedacht, ich könnte unsere Bananen nicht nutzen Doppelschild brauchen wir ja gar nicht Ja, der Gegner kriegt auch noch unser Schild Mist Ja, wir können es ja mal tryen und dann hoffen, dass wir noch was kriegen Ach du Scheiße Er kann die Flamme auch kriegen Was ist das hier Da bin ich mal gespannt Ja, die Ausdauer killt uns jetzt Wäre schon längst tot, hätten wir Ausdauer gehabt Aber wir schaffen ihn trotzdem Ich brauche Platz, man Space, nice Hol noch mehr Space Jawohl So Ich bin gleich zurück. So, da bin ich wieder. Schauen wir mal wie das läuft. Oh man, ich habe ihn noch nicht reservieren. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Ausdauer. Ja, das nutzt er denn. Ach. Das ist ja mies. Naja, er stirbt als erstes, weil ich kann mich nicht heilen. Also ich stirbt als erstes. Das ist natürlich krass. Das Bild habe ich auch noch nicht gesehen. So. Ich brauche eigentlich noch... Wie ist denn Platz hier? Ja. Ja, ich komme wieder. Ja. 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 Oh Ah, jawohl. Und gewann, Freunde. Plus 38. Peace out. Haut rein.